Dann geht es hier knitterfrei weiter mit... Warum ist denn das so milchig? Na, weil da... Also, es fällt mir die eigene Geschichte von meinem... Ja. Ist das sowas? Ne, das ist der Knoblauch, oder? Cucumbers in Salzgurken. Na gut. Was heißt Cucumbers? Gurken in Salzlake. Also, das sind Salzgurken, pasteurisiert. Nun gut. Das habe ich ausgesucht, ne? Ja, das hast du ausgesucht. Aber das wollte ich, glaube ich, gar nicht haben. Das sieht aus, als ob jemand da ins Glas... Milch reingeschüttet hat. Milch reingeschüttet hat.